Ich bin Sandra, ich bin Mama von zwei Kindern, die sind 2 und 5 Jahre alt und ich darf euch heute den Buggy Baby Jogger City Tour vorstellen. Der ist geeignet für Kinder ab 6 Monaten und bis zu 50 Kilo. Ich hatte den Buggy jetzt mit im Urlaub und bin wirklich begeistert, denn der Buggy hat sich als Ultraleichtgewicht in Pups. Das heißt, ihr könnt ihn ganz flexibel einfach auf- und zuklappen mit einer Hand, könnt ihn ganz schnell zusammenbauen und mit dem dabei gelieferten Rucksack euch auf den Rücken schnallen. So seid ihr also ganz flexibel, egal wo ihr seid, wie zum Beispiel war noch Mallorca und an den ganzen Stränden konnten wir ganz einfach den Buggy auf den Rücken schnallen, sind dann die steinigen Wege runter gegangen. Hat man so ein Buggy eigentlich immer dabei, auch wenn so ein kleiner Amstrand eingeschlafen ist und auch im Flugzeug mussten wir ihn nicht mit unserem ganzen Gepäck aufgeben, sondern dürften ihn mit in der Kabine nehmen. Er ist nämlich Flugzeug zugelassen. Das heißt, es ist auch garantiert, dass ihr im Urlaub einen heilen Buggy habt und der nicht kaputt wieder mit dem Gepäck rauskommt, was an dem Buggy aber noch besonders ist. Nur weil er so leicht und flexibel ist, heißt es nicht, dass ihr auf Komfort verzichten müsst. Er hat trotzdem ein ganz, ganz großes, verstellbares Sonnendeck, was eure kleinen Schätze gut vor den aggressiven Sonnenstrahlen schützt. Und auch wenn sie einschlafen, könnt ihr dem Buggy die Rückenlehne in eine Liegeposition bringen und müsst so also überhaupt nicht auf Komfort verzichten. Also ich bin wirklich begeistert von dem Produkt und kann es euch empfehlen. Tschüss! Musik 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 Musik